3Way TV 3Way TV Hallo zusammen, hier sind wir wieder von 3Way TV, heute mit Luca Lacer. Hallo Luca, danke für deine Zeit. Du hast gestern hatte eine großartige Runde. Ja, es war eine sehr gute und starke Runde. Es war ein fantastisches... Wir haben seit dem Anfang der Saison gemacht. Es ist normal, dass du das Geld bekommen. Wir haben einen guten Runde und starken Runde. Seit Valencia hatten wir den Runde. Jetzt haben wir die Runde. Es ist eine gute Entscheidung. Es ist eine gute Entscheidung. Ja, bei einem Moment warst du ziemlich unglücklich in dieser Saison. Ja, wir hatten ein Problem seit Valencia. Wir hatten viele Runde. Wir hatten ein starkes Chassis, aber der Runde war nicht mit uns. Und wir haben es auf der Saison auf der Runde. Und die Runde war so stark. Jetzt ist es gut. Wir sind immer auf der Top 5. Es ist wichtig, dass wir alle Runde gewinnen. Es ist wichtig, dass wir alle Runde gewinnen. Und wir sehen, was passiert heute in Valelunga. Oh, heute? Und ich vermisse auf Valelunga mit dem Biele. Und so was sind deine Worte? Wir haben jetzt die Biele gewinnen. Für dieißig sind es? Für die Biele gewinnen. Für die Biele gewinnen. Für die Biele gewinnen. Für die Biele gewinnen. Und der Biele gewinnen. Und wir haben es natürlich auf Valelunga. und sehr stark. Wir müssen uns intelligente sein, um die Runde zu Ende des Runden zu Ende des Runden zu Ende des Runden. Und wir sehen uns. Okay, guten Glück für die Runde heute. Ja, vielen Dank. Und danke für deine Zeit. Ja, danke. Have a nice day.